Hallo und willkommen zurück zu Iron Harvest. So, die Schlacht um den Schlüssel steht an und dann wollen wir direkt... Ach, schon wieder Bäume. Die mögen das anscheinend hier, die Entwickler schön ihre Baumassets zu zeigen. Warum auch nicht? Status, alles gut? Oh, das ist nicht gut. Wir haben wohl alle Passagiere überlebt. Die Polania haben sie zur Burg gebracht. Das ist aber eine schöne Burg. Wir glauben, dass Steinmetz noch dort ist. Ja, dann hoffentlich glauben wir richtig. Wie lange haben wir, bis sie verlegt werden? Unklar, nicht lang. Schorsch ist gut geschützt. Ich habe hier im Krieg gekämpft. Victor, mach Platz für den Helden von Colno. Wir brauchen mehr Feuerkraft, um durchzubrechen. Ja, das sieht doch gut aus. Das Dorf ist eine große Militärbasis. Und Vorsicht, diesmal darf uns Steinmetz nicht entkommen. Wir müssen die Engpässe einnehmen. Hier, hier und hier. Keine Fehler mehr. Ich will es hinter mir haben. Na gut, keine Fehler mehr. Ihr habt das gehört. Baut eine Basis, sichert die Engpässe und bringt uns in die Burg. Um jeden Preis. Ja, das kriege ich hin. Vielleicht nicht auf Anhieb, aber mindestens beim zweiten Versuch. Oh, die errichten schon das Hauptquartier. Ist das nicht schön? Na, ihr müsst Ressourcen einnehmen. Ja, du nimmst die Ölpumpe. Richtig geraten. Ja, dann stellt das mal unter Beweis. Ja, einmal eine neue Einheit. Ja, könnt ihr was machen? Ihr könnt einen Bunker bauen. Wo sind denn die Engpässe? Ja, das sehe ich aus. Machen wir da mal auf dem Knotenpunkt eine. Oh, das ist eine feindliche Ölpumpe. Achso, wird ja auch angezeigt. Na gut. Feinde sind zum Glück nicht in der Nähe. Aber werden vielleicht darauf aufmerksam gemacht. Wer weiß es schon. Jo, dann kommt mal wieder zurück. Ne, ihr rückt zurück. Ja, das habt ihr sehr gut gemacht. Und ihr baut den Wachposten. Das ist ja wunderbar. Schön, die Ölpumpe ist unsers. So, dann schauen wir mal, ob man mit den Einheiten mehr Ressourcen abgreifen können. Ja, ja, Marsch, Marsch. Na, ihr müsst gleich was bauen. Haben aber noch nicht die nötigen Ressourcen. Frage zu stellen. Diese Unverfrorenheit ist mehr als beleidigend. So, die Eisenhine brauche ich auf jeden Fall. Das ist ja schön für euch. Ja, nehmt das mal ein. Und Janik, du nimmst das Öl. Hm. Ist die Frage, können von links Feinde kommen? Ich schätze mal. Ich will ja nicht an jeder Ecke einen Bunker machen. Ich glaube, das wird sich hier schon anbieten. Ich glaube, das wird sich schon anbieten, hier nochmal einen Wachposten zu machen. Zumindest hier auf der Seite. Kann sein, dass von hier aus irgendwas auf uns zukommt. So. Ja, du nimmst hier erstmal die Ressourcen weg. Hm. Ansonsten. Ja. Hab euch ja auch den Auftrag gegeben. Bin nicht überrascht. Alles muss erledigt werden, was hier ist. So, ich glaube, es war gar nicht so schlecht hier. Obwohl wir hätten den Bunker ein bisschen weiter nach vorne. Könnt ihr abbrechen? Abbrechen. Äh, ja. Äh, ja. Nix für den Feind zurücklassen. Oh. Feindeinheiten. Feindeinheiten. Na, ich hoffe. Feindeinheiten. Granate. So, die sollen den Bunker bauen, aber eher da vorne. Wir wollen ja nicht, dass die zu weit in unser Gebiet kommen, sondern wir wollen die ja aufhalten. Das heißt, obwohl da oben am Knotenpunkt ist ja noch viel besser. Hier ist ja noch viel besser. Äh. Das ist ja ideal hier. Da sind noch nicht alle tot. Was laberst du schon wieder? Greif doch an, Janik. Na also. Das klappt doch wunderbar. So, und der Wachposten da wird gebaut. Da können wir dann auch eine Einheit reinschicken. Ja. Die kommen einmal nach Hause zum Aufheilen. Die Befestigung ist bereit, das ist aber schön. So, ihr müsst dann zurückkommen. Ihr könnt Janik erstmal heilen. So, komm schon. Wie lang braucht ihr denn zum Produzieren? Ach, da sind ja schon welche. Der fette Mischstand im Weg. So. Ihr nehmt dieses Teil ein. Na, hoffentlich. So, das können wir auch noch aufleveln. Ja, und ihr Pioniere werdet gebraucht. An der Basis. So. Das ist die richtige Einstellung. Gut, die kommen in den Wachposten. Können wir gleich das Öl noch mitnehmen. Und dann können wir noch einen Wachposten hier irgendwie bauen. Lassen Sie mich raten. Ja, falsch geraten. Wir brauchen dringend noch eine Eisenmine. Ich muss weiter. Das heißt, wir müssen auf dieser Seite vorrücken. Wir haben alles im Blick. Gebäude Upgrade abgeschlossen. So, die können sich einmal auffeilen. Muss was erledigt werden. Wir machen den Weg frei. Gut. Neue Anweisungen. Was muss getan werden? Ja, wir brauchen viel, viel mehr Eisen. Wir brauchen noch eine Werkstatt. 500 Eisen braucht man dafür. Na gut. Die muss man natürlich erst beschaffen. Was ist denn hier? Engpässe. Ach, das sind die Engpässe. Na gut, da bauen wir uns langsam vor. Gut, Ding will Weile haben. So, der ist befestigt. Dann können die tatsächlich mit Yannick mitgehen. Genauso wie die. Und dann nehmen wir mal ein paar Eisenminen ein. Und ihr wartet einfach hier bis, bis ihr was bauen könnt. Eine Kaserne ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Kaserne und Werkstätten. Ganz viele. Immer abwechselnd. Ihr kriegt es ja schon hin. Schon mittelwichtig. Du verteile ich mal die Basis. Dich mag ich nicht mehr. Auf zur Eisenmine. Ich sehe zwei, die wir einnehmen können. Also die hier und die weiter rechts. Dann schauen wir mal. Ihr wisst hoffentlich alle, wo ihr hin müsst. Kann euch das nicht noch genauer sagen. Doch, ich könnte euch ein Bild malen. Ich glaube mal, ihr kommt so klar. Ach, ist doch nur so ein mini winziger Verband. Komm schon, Yannick. Hau da rein. Sehr gut. Komm schon. Die muss noch mal angreifen. Was, die Eisenmine aber ganz, zumindest macht sie mich ganz kaputt. Komm schon. Ah, die fliehen. Warum fliehen die denn? Ihr nehmt ihr Mine ein. Ja, die hätten es besser wissen müssen. Ach, nö. Der Feind versucht unsere Mine einzunehmen. Ja, warum? Wir sehen hier viele Gegner. Nicht gut. Was gibt's Neues? Ey, hindert die mal da dran. Uh, da sind wirklich viele Gegner. Was liegt diesmal an? Lassen Sie mich haben. Wir haben eine Eisenmine verloren. Nein, Mist. Ja, Zuboff kümmert sich drum. Zuboff kümmert sich drum. Ja, ihr macht jetzt auf jeden Fall meine Werkstatt. So. Ihr habt das geschafft. Das ist ja wunderbar. Alter, sind das viele. Ah, den Verband können wir angreifen. Komm schon. Ja. Also das ist eine geile Waffe, die Janek da hat. Komm schon. Macht's einfach fertig. Ja, erwidert das Feuer. Komm schon. Das ist doch nur noch einer. Da hab ich ordentlich aufs Maul auch noch bekommen. Guck, da ist noch Öl. Und das wollt ihr einfach liegen lassen. So, mal wieder richtig rumdrehen. Ich weiß nicht, was es gibt. Was braucht ihr denn? Äh, eigentlich nicht. Ihr baut ein Bunker-System. Und das zwar am besten. Obwohl, ihr nehmt erstmal das Ding hier wieder ein. Danach haben wir genügend Ressourcen. Die Eisenminen brauchen wir aber ganz dringend. Die brauchen wir doch so ganz dringend. Und hier bräuchten wir auch einen Außenposten. Na, dann mach ich noch einen Pioniertrupp. Eben das. So, hier ist noch eine Eisenmine. Direkt beim Luftschiff. Das sollte man mit den Truppen hier noch schaffen. Zumindest wenn Yannick dabei ist. Oh, er speichert. Warum denn das? Das ist nie gut in Spielen. Wenn das Spiel automatisch auf die Idee kommt. Oh, ich speichere mal. Passiert zwar nichts Schlimmes, aber einfach nur so. So, ihr nehmt das ein. Und die Eisenmine da hinten muss man dann auch gleich nehmen. Was liegt diesmal an? Das war ein Anblick, als das Luftschiff über Kolnur auftauchte. Und das polanische Mädchen hat unsere Kanonen angegriffen, ohne zu zögern. Solchen Mut habe ich noch nie gesehen. Wieso haben die so Pfeile? Stimmt wohl. Aber sie hat diese Leute gerettet. Na gut. Eisen gesichert. Wir können loslegen. Na gut, Eisen ist gesichert. Dann baut ihr mal. Oh, da kommen noch mehr. Wo immer wir gebraucht werden. Oh, die treffen gleich auf mich. Angriff. Die patrouillieren hier, glaube ich, rum um die Mauer. Komm schon, Yannick. Raketenwerfer in die Menge rein. Na also. Oh. Da waren die aber auch sehr effektiv. Mehrere Gegner gesichtet. Oh, oh. Ja, chillt mal. Da sind Gegner. Gut. Wir müssen erstmal die Verteidigung hier aufsetzen. Sonst wären wir wieder von der Seite überrannt. Und das kann ich nicht so wirklich leiden. Oh, das sind viele. Das sind viele. Komm schon, Yannick. Komm schon. Das hat aber nicht viel gebracht. Ja, das sehe ich. Oh je, das wird nix. Hilft. Hilft, was das Zeug hält. Bevor Yannick auf die Mütze kriegt. Nehmen wir doch die Flammenwerfer mich. Ah, das haben sie tatsächlich geschafft. Das ist ja schön. So, dann machen wir am besten. Ja, ja, ist ja gut. Ah, und das Bunker braucht wieder 200. Ach, die haben wir gleich. Dann ist ja halb so wichtig. Das ist gut, dass ihr das seht. Schöner Bunker hier hin. Und dann braucht man noch eine schöne Einheit, die man da reinsetzen kann. Was ist hier? MG irgendwas. Na gut. Yannick braucht auf jeden Fall Freunde. Sonst alleine schafft er das hier auch nicht. Neuer Auftrag klingt doch gut. Hier, das zum Beispiel. Nee, bisschen besser. Macht das noch ein bisschen besser. Ja, das hoffe ich doch. So, euch Ingenieure brauche ich auch nicht. Ich bin aktuell nicht hier. Aber ich brauche einen Trupp. Ist echt blöd, weil alle hier irgendwie in ihren Bunkern hocken. Und ich habe nicht mal die Ölpumpe genommen bis jetzt. Nicht, nicht angreifen, in den Wachposten. Sehr gut. Und ihr nehmt die Ölpumpe. Hätten wir schon längst machen können. Wir kriegen doch so wenig Öl. Unsere Befestigung wird angegriffen. Ja, das sehe ich. Aber ihr greift nicht zurück an. Das ist ein Fehler. Vortrücken, er ist nicht bereit zum Freudeinsatz. Du sollst vorrücken, nicht zurückrücken. Okay, wir nehmen die Ölpumpe ein. Das ist gar nicht so schlecht. Und der Mech, der wird jetzt einfach unseren Wachposten wegmachen. Komm schon. Ja, ich krieg's mit. So. Das ist doch schön. Und hier sind wieder so viele Einheiten. Komm schon, macht ihn mich weg. Die Wachposten machen hoffentlich auch mal was. So, ein Mech ist weg. So, was können wir an Einheiten machen. Vielleicht hier... So, mal die. So, ihr kommt auf jeden Fall hier rein. Und zur Unterstützung. Na ja, Feuer. Ja, dann feuert mal schön. So, ihr seid also auch bereit. Na gut. Wir brauchen aber deutlich mehr Eisen. Äh, Pioniere... Ihr nehmt Flammenwerfer. Nichts und niemand kommt an uns vorbei. Wir haben uns die Ärsche sowieso schon langsam wund gesessen. Ja, das glaube ich. Ihr repariert mal das Gebäude. Und gleich repariert ihr dann Yannick. Ja, ihr könnt Yannick reparieren. Das wird abgegradet. Ihr geht hier rein. Nichts und niemand kommt an uns vorbei. Lassen Sie mich raten. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Dann holen wir vielleicht... Obwohl, Zuboff macht da eigentlich einen wunderbaren Job. Dann würde ich sagen, stürzen wir uns mal auf die Engpässe. Können natürlich auch zuerst die Eisenmine nehmen. Dafür brauchen wir aber noch ein bisschen Truppen. Das sieht doch gut aus. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr Eisen. So, die Ingenieure würde ich einfach mal parken. Wo hast du Gegner gesichtet? Auf der Rückseite. Okay, die kriegt man. Die kriegt man. Wieso war da noch ein einzelner Kanonier übrig? Attacke! Ja, das ist doch effektiv. Brenn sie nieder. So, das wird ich... Hat das ein... Habe ich es so gebaut, dass es jetzt nur auf den Fluss zielt? Das ist aber blöd. Das sollte... Ah, scheiße. Wussten nicht, dass die eine Richtung haben. Also ja, bei den Feinden sieht man es immer. Aber ich wusste... Wie drehe ich denn überhaupt Sachen? Nein, mein Öl. Ihr geht Eisen holen. Wo ist sie denn? Da drüben. Na, die Ölpumpe lassen sie eigentlich schon in Ruhe. Die kriegen gleich auf den Sack. Das sieht gut aus. Und dann kann ich mir hier eigentlich die MGs rausholen. Ja, das sieht gut aus. Die kriegen immer mehr Schaden. Ja, das sehe ich auch. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Gut, ihr kommt raus. Ihr dürft MGs ausrüsten. Ihr nehmt das Gebäude ein. Habt ihr schon die Waffen ausgerüstet? Fast zumindest. Ja, rein wieder in euren Bunker. Da seid ihr ganz gut aufbewahrt. Die Eisenmine nehmen wir auch so gleich. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Haben zwar einen Trupp hier verloren. Ne, haben wir nicht mal. Der nimmt hier gerade ein. Das habe ich einfach übersehen. So. Dann bringt mal ordentlich Eisen ran. Ja. Die Nacolvalnya, die bringt ja auch so viel. So. Ist das nicht schön. Noch eine Mine mehr. Können wir jetzt auch eine positive Mine ziehen. Eine glückliche Mine. So, hier ist auf jeden Fall so ein sekundär Ziel. Wie befestigt sind die denn hier? Nicht, dass wir uns wieder zurückziehen müssen. Hm. Aktuell sehe ich keine Feinde. Hier wären aber gute Schützenkriege, oder zumindest Sandsäcke, wo Feinde Sinn machen würden. Oh. Oh. Ja, das war effektiv. Das sind aber zu viele. Das sind fast zu viele. Komm schon. Komm schon, das schaffst du. Janik, mach den Mich weg. So, und das haben wir in der letzten Episode gelernt. Wir müssen ja nur die Flagge nehmen. So. Du machst den Unterstand kaputt. Ihr auch. Wir sollen die halten. Das kriegt man hin. Macht erstmal den Unterstand kaputt. Unterstand kaputt. Und die Eisenmine hätte ich natürlich auch gerne. Warum macht den Unterstunden platt? Den Unterschlupf platt. Und da hinten können wir euch hochleveln. Komm schon, Janik. Machst du dich kaputt? Sehr gut. Ja, ihr nehmt jetzt erstmal Gesundheit. Dann feuert mal mehr. Nein. Mein einsamer Raketenfuzzi. Lass ihn in Ruhe. Nein. So kurz bevor er am Gesundheitsitem war. Oh, Mann. Hätte ich wieder volle Truppstärke gehabt. Ja, das habe ich mitbekommen. So, Janik. Dann nimmst du das. Und was kann man denn nachproduzieren? Wir nehmen nochmal... Ach, die Michs finde ich doch gar nicht so praktisch. Kann man die Werkstatt aufrüsten? Ja. Und hier auch aufrüsten. Das sind gut eingesetzte Ressourcen. Ich dachte, du sollst es aufnehmen. Ach, du bist bei besser Gesundheit. Dann will ich nichts gesagt haben. So, ihr nehmt die Eisenmine ein. Und da kommen auch schon Feinde, die sie uns wieder Klau mobsen wollen. Und ein Mich-Fuck. Attacke. Janik. Mach den Mich platt. Die anderen schaffen das schon. Komm schon. Ja. Wäre die Frage, ob wir hier auch noch einen Bunker brauchen. Ich will nicht überall Bunker bauen. Oh. Oh. Mach nochmal so einen Serb. Unter Feindbeschuss. Das klingt aber nicht gut. Ihr sammelt euch mal hier. Und du nimmst jetzt wirklich mal Gesundheit. So, die Eisenmine. Wie kommen die denn da rein? Oh. Wo kommen die denn her? Zuboff. Ach, du bist gar nicht Zuboff. Zuboff steht ja noch hier. So, du darfst mal helfen. Du darfst hier mal helfen. Ja. Ganz viele Freiwillige brauchen wir. Komm schon. Du bist doch so gut gegen Infanterie. Ja, das ist Sinn der Sache, dass du angegriffen wirst. Komm schon. Ach, du platt. So, wie geht's eigentlich meinem Außenposten hier? Ja, der ist eh falsch ausgerichtet. Also, ist glaub gar nicht so wichtig. Wem setzt ihr zu? Macht die Max platt. Der einsame Typ da ist nicht das Problem. So, ich brauch auf jeden Fall nochmal Pioniere. Die letzten haben es nicht gut vertragen, erschossen zu werden. Sehr schön. So, ihr geht hier nach vorne. Kann nicht schaden. Wo sind denn meine anderen Einheiten? Auf dem Weg. Genau so soll das. So. Ja, natürlich gibt's viel zu tun. Ach, shit. Ich hätt da auch einen Außenposten hinmachen sollen. Die wollen bestimmt wieder an meine Eisenmine. Oder die kommen hier hin. Die neue Waffe wird in Stellung gepasst. Könnt ihr noch was bauen? Ein Bunkerchen. Brauche ich aber gerade hier nicht. Ja, ja. Ganz viele Freiwillige. Hm, die nehmen doch die Eisenmine. Fuck. Und ich war so schön gerüstet. Hier, ihr repariert. Ah, auch falsch rum. Ach, Menno. Also nicht ganz falsch rum, aber falsch rum genug. So schnell uns unsere Füße tragen. Die werden bestimmt irgendwann hier angreifen. Vielleicht sollte ich einfach durchmarschieren. Vielleicht sollte ich einfach kurz durchmarschieren. Das ist hier schon der Anfang des Schlosses. Wieso geht ihr nicht gerade aus? Wo geht ihr hin? Ja. Komm schon, schießt doch zurück. Ach, könnt ihr gar nicht. Könnt ihr gar nicht. Äh, Fortgrupp. Sanitäter. Mist. Ja, ist halt das Problem, wenn sie falsch rumstehen. Ja, dagegen können wir im Moment nichts tun. Na gut, wir könnten... Doch, die kriegen wir platt. Wir haben genug Personal, auch wenn es nicht das Beste ist. Suche nach Panzereinheiten. Komm schon. Macht's ja alle platt. Macht's ja alle platt. Ihr sollt sie nicht mit Werkzeugen bewerfen. Ihr sollt eure Minen einsetzen. Komm schon. Ihr seid das Beste, was ich hab. Ja, das ist mir auch gewusst. Noch ein Vortrupp am besten. Komm schon, ihr kriegt ja nicht mal den Mächt down. Komm schon. Dann stellt euch wieder hinter dir... Äh, hinter dir und schießt in den Rücken. In den Rücken schießen. Oh, meine Sunny sind down. Komm schon, das schafft ihr. Das sieht doch schon besser aus. Das sieht doch schon halbwegs besser aus. Die Mächt sind zumindest down. Oh, jetzt sind noch die Flammenwerferjungs da. Schießt doch mal. Na, danke. Boah, das ist mir aufgefallen. Ja, ihr macht ganz schön die Sauerei hier. Aber zum Glück geht's euch noch so gut. Komm schon. Ihr habt so große Bazookas. Schießt auf den Gegner. Ja, er schießt sie. Komm, braucht ihr noch mal Hilfe gegen Flammenwerfer-Trupps. So, was sind denn das? Ja, mach mal mal so ein großer Teil. Kann nicht schaden. Ja, ja, ihr kommt jetzt erst mal zurück. Dann werden wir euch hochheilen. Und dich auch. Na, wunderbar. Wie geht's denn mein Lieblings-Mix hier? Und das ist gut. So, müssen wir dann hier hoch. Dann müssen wir einfach... Feindliche Einheiten. Macht sie platt. Haut sie platt wie Flunder. Komm schon, halbiert sie. Zerschneidet sie. Macht irgendwas. Ja, ja, wir wandern jetzt auch mal weiter. Komm mal ein bisschen zur Unterstützung hierher. Oh, er speichert wieder. Warum speichert's denn schon wieder? Oh, hier ist ein Untergrundstollen. Der schmeckt bestimmt gut. Aber nur in der Adventszeit. So, komm. Ja, wie langweilig. Machst du doch erst mal platt, bevor du dich ausruhst. Dankeschön. Was für eine Meldung soll ich denn machen? Oh, das kann er jetzt machen. Das kann er jetzt machen. Mir rücken vor. Komm schon. Vor rücken. Äh, hier sind Koordinaten. Mach was damit. Steht doch nicht einfach rum, sondern macht was. Schicke ich die einfach da lang. War das alles? Boah, dann nimm mal hier ein. Wenn das alles ist, was man tun muss. Komm schon, Attacke. Was, der kann nicht lange genug leben, um es zu bereuen? Na also. So kann man es auch machen. Was ist da unten? Ja, ja. Wir werden alle irgendwie angegriffen. Wo geht die Eskorte denn hin von denen? Komm schon. Zerhackt und zermetzelt. Ach, da ist, glaub. Ist das die Eskorte von Steinmetz? Nee. Die sind ja hier. Irgendwie. Ja, das ist doch schön. So, ihr lauft jetzt. Ihr legt euch nicht mit dem Teil da an. Seid doch nicht so dämlich. Nichts stolpern! Sie setzen mir schnell zu! So. Steinmetz Eskorte, wo geht ihr denn hin? Dann mal los! Vortruf unter Beschuss! Hätte ich das gewusst, dass das hier noch arg weitergeht, hätte ich nicht all meine Einheiten geopfert. So, können wir mal was einnehmen? Ihr steht da nur rum und da sind alles voller feindlicher Einheiten. Die Einheit ist in den Elite-Rang aufgestiegen. Na komm, dann mach zuerst das da kaputt. Hilft ja alles nix. Janik, wo bist du eigentlich? Achso. Niederlage? Warum das? Weil die Einheit weggelaufen ist von Steinmetz. Aber so schnell komme ich doch nicht hinterher. Egal, Auto gespeichert hat's. Wir versuchen's. Wir versuchen's. Ja, erwidert das Feuer. So sieht's aus. So, ihr heilt euch. Hätte ich... Hätte bei den Flammenwerfern auch was gebracht. So, jetzt braucht man neue Einheiten hier in der Nähe. Ach, wir haben die MG-Schützen. Das ist natürlich... Wer geschickt? Ah, ich würd sagen, wir schicken die mal... ...nach hier. Beziehungsweise nach da. Ja, ja, wir schaffen das diesmal auf jeden Fall. Komm schon, haut drauf. Mördert sie weg. Komm schon, Janik. Einmal Raketenwerfer. So, denen geht's ja auch noch gut. Boah, so viele Mechs hier. Hat Janik das gut gemacht? Nee, Cloud, das hat er gut gemacht. Dann macht mal ein bisschen Terz hier. Ein bisschen Terz. Das ist ja sehr effektiv. Guter Mech. Auch hier hab ich meine Truppen verloren. Ach komm, geht doch mit. Geht doch mit da hoch. Nein, mein Mech ist gleich down. Mein Mech ist gleich down. Nein, mein Eisen. Angriff. Angriff der Killer-Roboter. Na also. Komm, schön den letzten Mech hier ausschalten. Und Janik kommt auch klar. Na gut, das kriegt er hin, sagt er. Und wir schaffen es hier, den Mech noch auszulöschen, hoffe ich. Angriff. Mensch, das ist echt ein Starker. Oh, ich wollte doch gerade einen richtig geilen Mech machen. Ja, ja, das kennen wir ja schon. Ja, diesmal bin ich vorbereitet da unten. Diesmal bin ich da unten vorbereitet. Hallo. Überraschung. Überraschung. Nicht auf Steinmech schießen. Zum Glück weicht er den Feinden da aus. Hallo. Na, so kann man auch gewinnen. Sehr gut. Dann bin ich mal gespannt auf die Videosequenz, die wir uns hiermit verdient haben. Na gut. Eine Medaille. Besser als in der letzten Mission. Naja, fortsetzen. Jaja, Spiellevel, Hintergrund. Ich will doch nur fortsetzen. Können Sie doch. Jo, Videosequenz. Herr Steinmetz, wie schön Sie endlich kennenzulernen. Äh, Vergnügen ist auf meiner Seite. Nur für diejenigen, die mich nicht finden sollen. Faszinierend. Der Stolz, Russwilz. Kennen Sie die Technologie? Sieht aus wie von Nikola, zusammengeschustert von ein paar Affen. Nun, wir sind lernwillig. Was schreckt sich ein da drin? Wie können Sie mich raushauen? Nein, Bedauere. Ist von nach meiner Zeit. Wir wollen Zugang zu Teslas Fabrik und zu seinen Erfindungen. Sie haben das schon mal versucht, oder? Mhm. Krieg von 1905. Haben verloren. Mein Freund Jetta Dibovsky hat bei den Kämpfen seine Frau verloren. Ist mit seinem Sohn und seiner Tochter weggegangen. Ich bin der Sohn. Wir haben ihn gefunden. Dibovsky war nicht sehr kooperativ. Gut. Er war Ihr Kollege, Professor Dibovsky? Ja, brillanter Mann. So bin wir alle. Ah, Eigenlob stinkt doch. Die Werte ändern und dachten, mit den Automaschinen wird das ein Kinderspiel. Schluss mit Hunger. Schluss mit schwerer Arbeit. Endlich Zeit zum Leben. Fürs Studium. Für die Liebe. Ah, Krieg macht doch viel mehr Spaß. Sie geben Höhlenmenschen ein Gewehr und hoffen, dass alles gut geht? Sie sind nicht so clever, wie sie alle denken. Also, wie kommen wir in die Fabrik rein? Ihr braucht einen Transponder, aber von mir bekommt ihr den nicht. Und selbst wenn ihr an den Sicherheitsanlagen von Nikola vorbeikämpft, würde er einfach das Icarus-Protokoll aktivieren. Und das ist... Wird mich auch interessieren. ...wieso ich weg bin. Oh, Priam jetzt. Sie geben mir jetzt den Transponder und zeigen mir, wie man ihn benutzt. Freiwillig oder nicht. Ah, ich bin kein Fan von Schmerzen. Und außerdem haben wir Nikola geschworen, dass ihr uns nicht lebend kennt. Leben Sie wohl. Nein. Der hat sich einfach umgebracht. Krass. Jetzt hast du mich zum zweiten Mal gerettet. Der Transponder. Vergiss es. Diese Reise ist nicht vorbei, mein Freund. Noch nicht. Der Narr wusste nichts davon. Bring mir ein paar Techniker. Ich will diesen Transponder. Und wo steckt der Gottverdammte Sanität? Wovon wussten wir nix? Von der Inklusion. Von der Kiste? Ich glaube, der hat Kisten schon mal gesehen. Oh. Der Metallarm von meinem Vater. Und ich habe seinen Mörder grad gerettet. Na. Na gut. Wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.